Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, rund um die pflegerischen Felder gibt es wieder vermehrt Erdbeben. Seit circa drei Wochen zeigt sich eine neue Phase, die wieder dazu führt, dass auch Beben mit dabei sind, die durchaus fühlbar sind. Heute zum Beispiel am 03.03.2024 gab es ein Beben der Stärke 3.4 in einer Tiefe von 2,9 Kilometern. Das war spürbar, denn viele Menschen haben dieses Erdbeben dann auch gemeldet. Und ja, es scheint jetzt wieder sich eine Phase anzukündigen, in der es eine erhöhte Aktivität gibt. Vor einem halben Jahr circa kam eine Studie heraus, die dort durchgeführt wurde, im Rahmen auch einer genauen Untersuchung des geologischen Ablaufes, der dort stattfindet. Und dort wurde dann auch festgestellt, dass die pflegerischen Felder tatsächlich gefährlicher sind, als man das vielleicht vorher dachte. Nun, man wusste schon immer, dass es dort Ausbrüche geben kann. Montenuovo zum Beispiel 1538, ein sehr großer Ausbruch, allerdings kein so katastrophaler Ausbruch wie damals vor 36.000 Jahren. Da war das Ganze nämlich wesentlich heftiger. Das, was wir hier sehen, das ist eine Übersicht der Beben am 3. März, also heute. Und wir sehen, es gibt schon vermehrt Beben wieder. Das ist zwar bei Weitem noch nicht so viel, wie es in der Hochphase zwischen Juni und September 2023 der Fall war, da gab es nämlich bereits einen sehr intensiven Erdbebenschwarm mit Beben auch über der Vierergrenze. Damals hat man schon vermutet, es könnte wohl irgendwann mal so weit sein, dass dort auch Magma Richtung Erdoberfläche sich bewegt. Und in dem Fall natürlich von unten nach oben. Und es gibt verschiedene Annahmen, wie denn das vonstatten gehen könnte. Aber die Bebentätigkeit, die immer wieder zyklisch hier auftritt, zeigt, dass dort unten etwas passiert. Und das hat tatsächlich nicht nur etwas mit heißem Wasser zu tun, welches in Berührung kommt mit heißen Felsen. Nein, ein gewisser Teil dieser Beben stammt tatsächlich von Aktivität von Magma im Untergrund. Und das, was wir hier sehen, das ist eben die Meldung, die dann auch erstellt wurde zu diesem Beben am 3. März. Wir sehen 23 Meldungen, dass das Beben gespürt wurde. Das heißt, so ein 3-4er, das kann man schon spüren. Da wackelt auch ein bisschen was. Das ist jetzt noch kein heftiges Beben, da fällt auch noch nichts zusammen. Also da gibt es noch keine Schäden an Gebäuden, zumindest keine wirklich gravierenden Schäden. Aber es ist spürbar. Und in einer Tiefe von 2,9 Kilometern, da sind wir dann auch wieder in einem Bereich, wo man sich dann fragen kann, ja was zum Kuckuck passiert denn da unten? 3.4, ja das kann jetzt tektonisch sein. Die genaue Wellenstruktur habe ich jetzt noch nicht analysiert. Oder eben vulkanisch. Und in dem Fall ist es zu 99% vulkanisch Wellenstruktur ungesehen. Denn es ist tatsächlich so, dass viel, was dort passiert, eben mit diesem vulkanischen Gebiet zusammenhängt. Die Flagrationfelder sind ja ein aktives Gebiet. Das sieht man ja auch in den ersten Minuten im Video, dass da tatsächlich etwas passiert. Und dass man das auch an der Oberfläche sehen kann. Was wir hier jetzt sehen, das ist eine Übersicht des Golf von Pozzuoli und dem vermuteten Untergrund. Also was ist denn unten drin in diesem Golf? Also in den Tiefen eben der Erdschichten. Da gibt es eben verschiedene Schichtungen, die unter anderem damit zusammenhängen, dass damals vor 36.000 Jahren dort ein extremer Ausbruch stattgefunden hat. Und diese abgesenkten Deckschichten, die sich eben dann gesenkt haben durch den gewaltigen Ausbruch, die sind genau die Achillesferse dieses gesamten vulkanischen Systems. Denn die sind quasi der Pfropfen oder der Korken, der das Ganze verschließt. Sollten diese Deckschichten durchbrochen werden, dann kommt es zum Ausbruch. Und die Frage, wo das stattfindet, also das muss jetzt nicht unbedingt im Wasser stattfinden, also unterhalb der Meeresoberfläche, sondern dieser Schnitt, den wir hier sehen, der zieht sich auch bis Neapel und eben auch in den Bereich von Pozzuoli selber und natürlich auch in den Bereich, in dem sich die flagräischen Felder oder die heißen Quellen befinden, die dort auch immer wieder in den Medien zu sehen sind. Denn dort gibt es auch tatsächlich extreme Aktivität teilweise. Und diese extreme Aktivität kann man dadurch auch sehen, dass es dort teilweise bis zu 5, 6 Meter hohe Wasserfontänen gibt. Also eine Art Geysir, in dem Fall allerdings ein Schlammgeysir, also ein kleiner Schlammvulkan. Das ist heißes Wasser, welches im Untergrund auch Mineralien löst und dann nach oben nimmt durch den Aufstieg in diesem Pfaden. Das hat jetzt noch nichts mit Magma zu tun, sondern das ist tatsächlich heißes Gestein, welches erhitzt wird durch die gewaltige Hitze, die sich dort im Untergrund befindet. Diese Aufstiegspfade, dieser Magma, die sich dort unten befindet oder dieses Magmas, das ist genau das Thema. Wie hoch reichen die? Aufstiegspfade, man geht davon aus, reichen wohl bis zu 4 Kilometern Tiefe. Darüber hinaus weiß man nicht sehr viel. Was man allerdings weiß, ist, dass im Untergrund, also in 10 Kilometer Tiefe, wohl ein großes Magma-Reservoir ist. Eine Magma-Kammer, die dieses gesamte System speist mit Energie, unter anderem eben auch Hitze, die man an der Oberfläche beobachten kann. Zum Beispiel eben diese heißen Quellen, die man dort sieht. Und ja, das Gebiet dort wurde ja dann irgendwann mal gesperrt, weil es dort einen Unfall gab. Das heißt also, ja, es gibt immer eine Gefährdungssituation dort, unabhängig davon, ob es einen großen Vulkanausbruch gibt oder nicht. Diese Magma-Kammer, die sich hier im Untergrund befindet, die ist eben auch hauptverantwortlich für die Gefahrensituation. Denn, ja, theoretisch kann sich diese Magma-Kammer auf den Weg nach oben machen. Das heißt also, diese ganzen Kanäle, die ihr da seht, also die hier eingezeichnet sind, die können sich verbreitern. Da kann der Druck von unten steigen und wird der Felsen gesprengt, auseinander gedrückt. Und dann würde sehr viel Magma nach oben kommen. Und das kann natürlich auch einen sehr großen Ausbruch verursachen, weil wir ja oben diese Deckschichten haben, also diesen Korken. Das müsst ihr euch so vorstellen, wie eben eine Sektflasche, wenn man die schüttelt und dann den Korken rausnimmt. Ja, dann explodiert das Ding. Und zwar nach der Richtung, wo der geringste Widerstand ist. Und das ist eben dann, ja, der Flaschenhals. Und wenn das hier der Fall sein sollte, dann gäbe es auch einen größeren Ausbruch. Aber, wie gesagt, diese Bebentätigkeit, die auch zum Beispiel im September und im Oktober ziemlich heftig war, seht ihr selber, 2010.2023 Tiefe in einer Tiefe von 2,6 Kilometern, Entschuldigung, eine Stärke von 4.0. Und am 27.09. gab es sogar ein Beben, also vorgelagert, in einer Tiefe von 2,9 Kilometern mit einer Stärke von 4.2. Das spürt man dann sehr deutlich. Und wieder sind wir eben mit diesem 3.4 in dieser besagten Tiefe von 2,9 Kilometern. Und da muss irgendetwas passieren in dieser Tiefe. Und die wahrscheinlichste Erklärung dafür ist, dass Magma tatsächlich bis dorthin aufgestiegen ist. 3 Kilometer ist nicht mehr viel. Ja, das heißt also, da fehlt nicht mehr viel bis nach oben. Und wenn das dann tatsächlich die Oberfläche erreicht, ja, dann gibt es einen Ausbruch. Wie heftig der wird, naja, das hängt davon ab, wie viel denn da jetzt in irgendeiner Form nach oben kommen würde. So weit ist es ja noch nicht. Es gibt ja noch keinen Hinweis darauf, dass hier tatsächlich Material nach oben steigt. Na, also weiter hoch, als man das jetzt hier in irgendeiner Form vermuten könnte. Da fehlen eben die Indizien dafür. Aber die Wissenschaftler, die sich dort befinden, die haben also schon den ein oder anderen Gedanken bezüglich der Thematik, dass dort ein Ausbruch stattfinden könnte, der durchaus eine gewisse Größe erreichen könnte. Aber es muss nicht der ganz große Knall sein, sondern selbst so ein Vulkanausbruch, den wir hier sehen, also eingezeichnet, der würde vollkommen reichen, um gigantische Schäden zu verursachen. Und vor allem das gesamte Gebiet müsste evakuiert werden. Zwei Millionen Menschen müssten dort evakuiert werden. Und das ist unvorstellbar. Vor allem, wenn es keine definitive Vorwarnzeit gibt. Das heißt also, wenn das plötzlich passieren sollte, gibt es natürlich sehr wenig Möglichkeiten, da etwas zu tun. Nun, am Ende des Tages ist das eine Geschichte, die ein gewisses Gefährdungspotenzial hat und wo man immer wieder auch genauer hingucken muss. Und vor allem die Wissenschaftler, die vor Ort sind, haben natürlich auch eine Verantwortlichkeit bezüglich der Warnungen, die sie dann aussprechen. Das heißt also, wann ist es denn dann soweit und wann hat man denn das, die Ergebnisse oder die Vorhersagemöglichkeit zu sagen, okay, jetzt passiert dann irgendwann mal was. Also, interessante Geschichte. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, guten Tag und gute Nacht. Manche gucken es ja auch zum Schlafen gehen, meine Videos. Und ansonsten sehen wir uns natürlich im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.